Hallo Leute, grüßt euch wieder bei mynexone im Hardware-Kanal. Wir haben hier heute ein Gehäuse und das ist das Lian Li TU150. Wie ihr jetzt schon seht, das ist auch ein ganz besonderes Gehäuse. Das ist hier mein sogenanntes Mini-ITX-Gehäuse, Leute. Also denkt daran, da passen keine großen Mainboards rein, aber darauf geben wir erst gleich ein. Erst der 360-Grad-Rundumblick. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Front bei dem Gehäuse, wie ihr hier schon seht, das ist wirklich gebürstetes Aluminium. Also toi toi toi, es ist kein Plastik, Leute. Und wie man hier von vorne schon sieht, haben wir hier unten natürlich einmal in Anführungsstrichen Lufteinlässe und wir haben hier an der Seite ein Mesh mit Lufteinlässe und natürlich auf der anderen Seite auch Lufteinlässe. Von daher können wir da eigentlich schon gut Luft ansaugen. Aber was ist überhaupt der Clou bei diesem Gehäuse? A einmal, dass es so klein ist. Die Maße bei diesem Gehäuse sind 31,2 cm ist die Höhe. Dann haben wir eine Länge von 37,5 cm und eine Breite von 20,3 cm. Und das macht das Gehäuse natürlich extrem klein. Und der Clou an der ganzen Geschichte, Leute, ist einfach das hier. Schaut euch das an. Zack! Ich sag's mal so, wenn man ein wirklich transportables Gerät braucht, Leute, da oben Griff dran, ich nehm's in die Hand und geh damit einfach von A nach B, stell das hin, klapp den Griff da oben rein und hab den Computer sofort an der Stelle stehen, wo ich den brauche. Ja, und das ist eigentlich auch Sinn und Zweck von so einem Gehäuse, dass es einfach leicht zu transportieren ist. Deswegen ist oben ein integrierter Griff natürlich drin. Ja, gehen wir einfach mal oben direkt drauf ein mit einem Foto. Wie man hier schon sieht, haben wir dort natürlich einen Power-Knopf. Daneben haben wir dann einen USB-C-Anschluss, was schon ideal ist. Das sind ja die kleinen, die ihr vom Handy kennt, diese runden Anschlüsse. Dann haben wir zweimal USB 3.0 und daneben haben wir natürlich den Klassiker, einmal Kopfhörer und Mikrofon und natürlich einmal einen Reset-Schalter. Von daher haben wir da auch theoretisch und praktisch alles schon dabei. Ja, nicht schlechte Geschichte. Und es ist Silber. Silber gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut. Das gibt's auch in Schwarz, aber ich sag's ganz ehrlich, Silber fällt so ein bisschen mehr auf. Schauen wir uns das Gehäuse jetzt einfach mal von der Seite an. Aber bevor wir damit starten, gucken wir einfach mal, was gibt's denn hier wieder alles Feines dabei. Ja, wie man hier sieht, eine Anleitung, wie das Gehäuse aufgebaut ist. Aber es ist auch drin beschrieben, wie zum Beispiel die Festplatten eingebaut werden, eine SSD oder wie ich hier einen Deckel abnehme oder auch eine HDD. Von daher ist das schon eine feine Sache. Dazu gibt's natürlich wieder so ein Schraubenpack, was dabei ist. Ja, und hier so eine Dankeskarte. Gut, von mir aus. Wenn man will, warum nicht? Ja, wie wir jetzt schon sehen, können wir, wenn ich das mal ein bisschen drehe, vorne einen 120mm-Lüfter einbauen. Da ist auch noch ein Sieb vor oder ein Mesh. Das ist an der Stelle eine feine Sache, fängt den Staub ab immer gut. So, dann können wir natürlich auf der Rückseite, ich dreh's mal so, auch noch einen 120mm-Lüfter einbauen. Und wie ihr schon gesehen habt gerade, einmal die Kabel ein bisschen an der Seite. Hier unten können wir auch noch 220mm-Lüfter einbauen. Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt ja Karten, die über drei Slots oder drei Slots groß sind. Ja, und dann kann's natürlich passieren, dass die Grafikkarte schon ziemlich niedrig sitzt. Und dann krieg ich, wenn's doof läuft, einfach da unten keine zwei Lüfter mehr rein. Ist aber nach meiner Meinung auch nicht das Problem. Ich kipp das Gehäuse mal gerade, dann sieht man's. Da unten ist ein großes Mesh verbaut. Das heißt, der Luftstrom ist gegeben. Das Einzige, wo ich schon wieder Abzug in der B-Note geben muss, Leute, warum verbauen die unten kein kleines Sieb davor, dass nicht der ganze Staub angesaugt wird? Ich verstehe es nicht, ist bei jedem Gehäuse davor. Hier fehlt's. Gut, müssen wir leider drauf verzichten. So, ich hol mal gerade die Glasscheibe, dann sieht man auch mal von der Seite, wie das so aussieht. Auch hier gibt's natürlich, zack, eine Glasscheibe. So, jetzt wundert euch nicht, dass hier oben die Scheibe etwas schwarz abgeklebt ist. Das ist Absicht an der Stelle. Ich zeig's euch mal. Weil bei so einem kleinen Gehäuse wird das Netzteil natürlich auch an eine Spezialstelle verbaut. Und das ist nämlich hier oben. Das heißt, hier oben kommt das Netzteil rein. Auch da müsst ihr natürlich wieder aufpassen. FSX-Netzteile, das sind die ganz kleinen Netzteile, so Spezialnetzteile, die hier gekauft werden müssen. Da habe ich auf jeden Fall schon mal ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch in meinem YouTube-Kanal anschauen. Die Netzteile sind leider immer ein Tucken teurer, weil die nochmal so komprimiert sind. Da habe ich auch schon gesagt, ob das sein muss, glaube ich nicht. Aber es ist leider so. Ja, und das Kabelmanagement, wenn ich das Netzteil einbaue, ist natürlich auch ein bisschen, ja, nicht ganz gut gelöst, finde ich. Die Kabel kommen quasi hinten raus. Ich muss hier einmal nochmal durchs Gehäuse nach hinten legen. Da würde man wohl ein bisschen fummeln müssen. Ja, apropos Kabel. Was sind das hier alles für Kabel, die hier rausschauen? Das ist jetzt hier, ich hoffe man sieht es, wirklich der Anschluss für das Netzteil, was ich hier verbaue. Das ist dann einfach nach hinten durchgelegt, wo ich dann zum Schluss mein Netzteil anschließe. Ich zeige es euch einmal. Ja, interessante Idee. Deswegen gehen wir gleich auch noch oben auf den Deckel ein. So, weiter haben wir hier natürlich den Klassiker Reset-Schalter für vorne. Dann unseren 3.0 oder 3.1 USB-Anschluss fürs Mainboard. Dann haben wir hier auch den nächsten Klassiker HD-Audio fürs Mainboard. Was haben wir hier noch? Ja, einmal unseren Power-Schalter oder Reset-Schalter, wie wir eben schon hatten. Und hier noch einmal, manche haben ihn noch nicht gesehen. Das ist der USB-C-Anschluss für das Mainboard für vorne am Gehäuse. Ja, der sieht einfach so aus. Den muss man mit ein bisschen Power aufs Mainboard drücken. Das ist erst ein bisschen ungewohnt. Aber gut, alles dabei. Das heißt, wir haben vorne alle Anschlüsse einmal drauf. Ja, was können wir hier natürlich für ein Mainboard einbauen? Natürlich auch nur ein ITX-Mainboard. Also, ihr könnt nicht die normalen einbauen. Immer schön aufpassen, wenn ihr so ein kleines Gehäuse kauft. Meist sind die ganzen Sachen, die da rein müssen, ein bisschen speziell. Aber dafür hat man nachher, wie ich schon sagte, Leute, ein perfektes, tragbares Case, was einfach eine coole Sache ist. Ich nehme es mit, stelle es woanders hin, schließe es an, alles gut. Also hier auch aufpassen. ITX-Mainboards, nichts anderes. Ja, und dadurch schaffen wir natürlich so eine, ich sage mal, komprimierte Form. Perfekt. Des Weiteren könnt ihr hier natürlich noch eine SSD einbauen. Aber Vorsicht, hier an der Stelle kann man nur eine 2,5 Zoll SSD einbauen. Das heißt, ihr könnt hier keine HDD einbauen mit 3,5 Zoll. Ist aber nicht weiter schlimm, weil wir haben hier unter dem Deckel, ich kippe das einmal gerade. Ich hoffe, man sieht das. Da haben wir natürlich noch mal, ich sage mal, Schienen, wo wir auch eine 3,5 Zoll, kippe ich es noch ein bisschen weiter, eine 3,5 Zoll Festplatte einbauen können. Das heißt, wir können hier vorne eine SSD einbauen, wo wir natürlich dann unser Windows einfach drauf tun. Ratzfatz gebootet. Perfekt. Und hier drunter haben wir eine große HDD mit 2 TB oder 4 TB, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach besser ist. Ja, und da haben wir dann unsere ganzen Daten alle drauf. Und somit haben wir auch in diesem kleinen Case auf jeden Fall genug Platz, um eine SSD oder HDD einzubauen. So, jetzt kommen wir einmal zum Kabelmanagement und was an diesem Gehäuse auch vielleicht der Clou ist oder auch nicht, ich weiß noch nicht genau. Also, wir können die ganzen Sachen einfach so oben runternehmen. Wie man hier so sieht, sind das so kleine Nöpplis, die werden hier einfach eingerastet. Das betrifft natürlich nicht nur den Deckel oben, sondern auch die Glasfront von der einen Seite oder auch die Rückseite. Also, die Sachen werden wirklich einfach so rausgenommen. So, ich kippe jetzt mal das Gehäuse, damit man einfach mal oben den Deckel sieht. Da haben wir natürlich hier von eben, wie ihr schon seht, unseren Tragegriff, den man rausholt. Und hier wird jetzt das Kabelmanagement auch so ein bisschen gemacht. Das heißt, die Kabel werden natürlich hier vom Netzteil oder so hier oben lang gelegt, dann hier hinten rein oder natürlich auch von hier nach da. Das heißt, wir können hier theoretisch einmal in die Runde unser ganzes Kabelmanagement verlegen. Hat natürlich zur Folge, dass wenn bei natürlich bei einem kleinen Netzteil die Kabel zu kurz sind, dass wir hier auf jeden Fall noch Verlängerungen brauchen. Aber das ist natürlich auch eine Geschichte, um noch ein bisschen Kabel irgendwo zu händeln. Wir haben zwar, wie wir gleich sehen, auf der Rückseite auch Platz. Aber hier oben können wir natürlich dann auch noch einige einbauen oder verstecken. So, und einfach wieder draufgedrückt. Hoppala. Äh, so. Ich mache einmal den Freund raus, dann ist es leichter. So. Draufgedrückt. Und komplett fertig. Also das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ich hoffe, dass das nicht irgendwann auf Dauer ausleiert. Aber ganz ehrlich, wie oft mache ich meinen PC komplett auf oder zu? Ja, ich sage es mal nur dann, wenn ich irgendwas wechsle an Hardware. Gehen wir kurz einmal auf die Rückseite ein. Viel zu sehen gibt es bei so einem kleinen Gehäuse natürlich auf der Rückseite nicht. Wie ihr seht, haben wir hier drei Slots. Das heißt, wir haben hier Platz für eine Drei-Slot-Grafikkarte. Ich glaube, wenn die vier Slots groß ist, ich glaube, es gibt auch schon ein, zwei Modelle auf dem Markt. Dann wird das bei diesem Gehäuse ein echtes Problem. Aber eine Drei-Slot-Grafikkarte dürfte hier ohne Probleme reingehen. Und hier natürlich unseren 120-Millimeter-Lüfter. Und hier haben wir natürlich den Auslass fürs Mainboard, wo natürlich zum Schluss unsere ganzen Anschlüsse drauf sind. So, drehen wir das einmal weiter zur Rückseite. Da machen wir natürlich den gleichen Schachzug wie eben auch. Einfach ziehen und ich kann es wirklich so runternehmen. Das ist eigentlich eine feine Sache. Legen wir es mal an der Seite. Ja, dann sehen wir hier auf der Rückseite, dass wir hier natürlich noch ein bisschen Kabelmanagement machen können. Das heißt, wir haben hier einen Auslass, um natürlich unser Kabel noch zu verlegen oder ein bisschen zu verstecken. Ja, und viel mehr ist hier auch nicht, weil diese, ich sag's mal so, Bohrungen sind vorgesehen, dass ich auf der Vorderseite meine SSD einbaue. Und mehr gibt es hier nicht auf der Rückseite. Und mehr können wir dann quasi auch nicht einbauen. Also, ihr könnt hier noch mehr SSDs oder HDDs einbauen. Dann wird das auf jeden Fall ein Problem. Dann würde ich natürlich gucken, wenn ihr noch mehr einbauen wollt, ob es nicht doch ein kleines Mainboard gibt, wo ich vielleicht noch ein M2 draufsetzen kann. Dann hätte ich natürlich noch einen zusätzlichen Speicherplatz. Kommen wir jetzt einfach mal zum Fazit von so einem Gehäuse. Ja, es ist natürlich ein kleines Gehäuse und es ist natürlich ultra praktisch, wenn ich so einen Traggriff da oben dran habe, den ich natürlich sogar noch versenken kann. Und dadurch, dass das Gehäuse so klein ist, habe ich es natürlich auch einfacher, es hin und her zu transportieren. Aber nichtsdestotrotz, Leute, hat es seinen Preis mit um die 110 Euro. Ist das nicht gerade günstig? Weil wenn ich das vergleiche, kann ich natürlich für den gleichen Preis auch so ein großes Gehäuse bekommen. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, ob ich das überhaupt will. Weil wenn ich mich für so ein kleines Gehäuse entscheide, will ich natürlich auch ein kleines Gehäuse haben. Ja, und damit bin ich raus, Leute. Was haltet ihr von so einem kleinen Gehäuse? Reicht da der Durchfluss, ich sag's mal so, die Luft, die da drin zirkuliert? Oder ist das einfach zu wenig? Oder sagt ihr, ja gut, praktisch, nehmen wir, machen wir. Haut's in die Kommentare. Wir sehen uns, Leute. Lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.